Wie könnt ihr das mit mir machen? Ah, das geht doch nicht. Nein, das wird nichts. Lass es bleiben. Lass es bleiben, da kommst du nicht hoch. Lass mal eine Limbo-Minecraft-Welt bauen. Und ich muss immer durchrennen. Mit Creephorn. Nein, nein, nein. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Das ist so gemein. Das wird nichts. Nicht an, ne? Vielleicht höre ich den auch einfach nur nicht. Vielleicht gibt es In-Game-Sound. Ich weiß es gerade nicht. Aber nachdem ich das jetzt endlich geschafft habe, da rauf zu springen, riskiere ich es jetzt einfach mal. Tut mir leid. Ich kann ja die Geräusche nachmachen, die Limbo so von G-T. Das ist super. Jetzt sind wir nämlich fast an der Stelle, an der ich aufgehört hatte zu spielen. Ja, wir sind an der Stelle. Super. Ich weiß auch inzwischen, wie es hier weitergeht. Das ist noch viel besser. Was nicht so toll ist. Das letzte Mal habe ich für diese Aufnahme irgendwie so eine Stunde, zwei Stunden gebraucht. Und jetzt sind es 20 Minuten. Das ist frustrierend. Diese Glasscheibe, da müssen wir vernichten. Und ich habe immer wieder das versucht. Ich glaube, das hat geklappt. Nein, hat es nicht. Was hier nach passiert, weiß ich nämlich nicht. Ich weiß nicht, wie man es darüber kriegt. Ich habe das gesehen, dass das geht, aber ich habe es nicht verstanden, warum es bei mir nicht geht. Ich kann das Ding hier doch nicht beiseite schieben, oder? Nee. Das mache ich jetzt zum Schriftlich. Das mache ich jetzt zum Geräusch. Ksch, klurr, 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 ksch. Ja, komm. Für Mami. Fahrer. Mann, oh. Ja. Ach, so. Ich habe es gedacht. Okay. Wow, wow, wow. Was kommt denn jetzt hier? Wow, wow, wow. Wow. Ja, tot. Ich liebe dieses Spiel. Da bumm, bada bing. Das guckige ist nur, ansonsten habe ich Limbo mal abends aufgenommen. Und dann auch geflüstert. Und jetzt spiele ich ihn am helllichten Tag, da ist das nicht so gruselig. Ah. Wow. B, C. Das kommt noch C, D. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich lebe noch. Wieder die... Oh, fuck. Was kommt jetzt wieder für eine Foltermaschine? Wow, wow. Ich habe die Blumentöpfe nicht umgeschmissen. Ich habe sie nicht mal gesehen. Wenigstens darf ich jetzt hier unten anfangen. Ah, mein bester Freund. Moment. Nein. 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 Nicht nochmal. Ich werde jetzt nochmal so 20 Minuten oder so aufnehmen. Weil ich möchte ja auch noch Silvester was von haben. Und es ist jetzt noch ganz früh am Mittag. Ach, da ist dieses komische... Da ist das hingefallen. Soll ich da jetzt wieder hochklettern oder was? Ich weiß nicht, das ist ein Pfeil nach oben. Nee, feiern tue ich ja nicht, aber... Nee. Limbo. Äh, Limbo. Silvester. Ding, nur eine ganz kurze Session für die nächste Woche. Für zwei Folgen. Wow. Ich liebe dieses Teil. Nicht. Ich hasse es. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Hier sind doch keine Viecher zum Fressen. Ich weiß weder ist nicht. Ich kann hier nicht mal sterben an der Seite oder wie? Ja, und jetzt? Jetzt laufe ich hier hin und er oder wie? Oh, ist das gerade... wieder unlogisch. Was soll ich denn hier machen? Hier geht es doch gar nicht weiter, oder? Ach so, doch. Ich dachte, da wäre auch eine Wand. De 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 de... Limbo. Limbo. Okay, was kommt jetzt? Elektroschocks. Beka, 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 too. Völlig aus dem Konsens gerissene Sätze wird er aneinander rein. Yay. Wo bin ich hier? Das ist doch kein Hotel. Das ist... Das sind schwebende Balken. Das ist... Das ist ein Zirkuszelt. Okay, der will mich bestimmt töten. Wo? Wo? Nein, nein! Oh mein Gott! What the f... 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 Bleib stehen! Bitte bleib stehen! Nein! Nein! Ich will das nicht noch mal sehen! Oh... Wie soll ich das... Was soll ich das... Baaah! B-T... F... Nein, 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 bleib. Ich denk gegen, ich denk gegen, du gehst da nicht rein. Bleib, bleib. Ah, ha, 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 ha. Now I got it. Now I don't got it. I don't think we can survive this. I think we're gonna die as medwurst. Yeah, now we have medwurst. Armes Survivor, I'm gonna make it. Armes Survivor, keep on survival. Das müsste gerade sein. Wie soll ich das denn überleben? Kann mir einer erklären, wie ich das überleben soll? Ich verstehe es nämlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich brauche diese Kitte da, Kiste, Kitte, Kitte. Genau, ich brauche die Kitte. Medwurst. Oh! Nein, 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 nein. Ich werde jetzt dazu keine Schimpfwörter mehr verwenden. Ich werde einfach nur die Faust in die Luft heben und lautlos schreien. Das ist die Alternative. Komm schon, du Medwurst. Medwurst, go. Go for it, Medwurst. Medwurst, setz Fleischsalat ein. Die Attacke war nicht sehr effektiv. Das habe ich jetzt schon mehrmals versucht. Die Kiste muss runterfallen, bevor die Säbel kommen. Wie mache ich das? Kann ich auf dem Knopf vielleicht stehen bleiben? Das ist jetzt so doof, diese Szene ohne Ton zu haben. Lenke gegen, lenke gegen, lenke gegen. Ja! Und sie bleibt nicht stehen. Ja, toll. Okay, gegen lenken. Gegen lenken ist eine gute Sache. Immer wo gegen sein. Bleib einfach stehen, Turm. Bleib stehen. Da ist eine Falle. Du Medwurstknödel. Warum nicht? Sag mir, warum? Bist du so suizidgefährdet? Ganz ehrlich, der muss doch eigentlich schon gar nichts mehr im Kopf haben. So viele weiße Dinger, wie der abgekriegt hat im Vorlauf dieses Spiels. Ja, natürlich. Natürlich, dass er drauf springt. Natürlich, dass ich ihn drauf springen lasse. I'm a survivor. How I'm gonna make it. I won't survive. How do I survive? Oh, man kann nicht drauf springen. Man kriegt einen Kopf ab. Wow, 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 wow. Ich hab mich aufgepasst. Ich wollte Ruhezeit gucken. La, 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 la. Cola. Was? Wie das schon geht. Meine Schuhe sind so schwer. Meine Füße sind schwer. Geht schon wie ein Zombie. Ich glaub, ich hab gerade Angst, dass mein Controller abbringt. Ach, ach. Ja, ich mir... Mit A kann ich Sachen festhalten, stimmt's? Ich hab's vergessen. Ich werde niemals hier durchkommen. Ich werde dieses Spiel nie fertig spielen, weil ich aber sterbe. Hättest du nicht warten können, Junge? Junge, warum hast du nichts gelernt? Wer fällt mit Anspielungen so um mich? Ich bin völlig hinüber. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, großartig. Wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei, wir sind going to die. Warum? Ach so, wir sind in die Falsch... Wow. Können wir sterben, wenn das Ding da so funken spült? Wir werden immer noch sterben, aber wir sind schon mal ein bisschen weiter. Ich hab aber schon eine Idee, diesmal. Komm her, komm, putti, 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 komm. Greifen, greifen, wir werden es greifen. Greifen. Hä? 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 Ja, und jetzt? Jetzt komm raus, du bist umzingelt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich bring mich um. Kann das Spiel nicht so sein, dass ich genau in die Richtung gucke, in die ich muss? Es sind mir gerade zu viele Richtungen... Okay, ich bin in die richtige Richtung gegangen. Safe State! Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Oh nein. Darf ich das ausbalancieren, damit ich da rüberkomme, oder was? Okay. Dazu musste ich es doch erst mal ins Schwingen bringen. Schwing, schwing, schwing dein Ding. Komm schon, komm schon. You're gonna fall through the ground. Was? Nun mal, das hieße durch den Boden. Ich vergiss, was ich gesagt habe. Hehe. Oh, mein Telefon klingelt. Ich muss die Aufnahme beenden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.